Es gibt Bewegung in der Steuerpolitik. Ein Entwurf der CDU fordert unter anderem 10.000 Euro Einmalzahlung bei Geburt, einen höheren Spitzensteuersatz, niedrigere Einkommenssteuer für die Mittelklasse und eine Flat Tax bei der Erbschaftssteuer. Ich bin Müni von transparentberaten.de und heute schauen wir uns die Vorschläge mal im Detail an. Was sind die CDU-Vorschläge für die Erbschaftssteuer? Der Entwurf der CDU schlägt vor, dass Erben in Zukunft pauschal mit 10% besteuert werden, nach Abzug der Freibeträge. Davon würden erst einmal Menschen profitieren, die sehr viel vererben. Kleinere Erbschaften bis 75.000 werden heute nämlich sogar nur mit 7% besteuert. Der CDU-Vorschlag erhöht hier die Steuerlast sogar noch. Der Steuersatz bei größeren Erbschaften liegt bisher deutlich höher, bis zu 50% des geerbten Vermögens müssen nach aktuellem Recht an den Staat abgegeben werden. Eine Erbschaftssteuer von nur 10% wäre also eine massive Steuersenkung. Aber ganz so einfach ist es nicht. Gerade sehr große Erbschaften sind nämlich oft in Betriebsvermögen gebunden. Und momentan gibt es Ausnahmeregelungen, durch die Betriebsvermögen teilweise überhaupt nicht besteuert werden. Solche Ausnahmen könnten im Gegenzug für eine insgesamt niedrigere Steuer wegfallen. Auch wenn die Steuersätze zwar recht hoch sind, wird bisher nämlich nur ein geringer Teil des übertragenen Vermögens wirklich besteuert. Gerade Privatleute, für die wenige Ausnahmen gelten, werden so benachteiligt. 2021 wurde zum Beispiel auf das gesamte vererbte Vermögen nur 2,7% Erbschaftssteuer abgeführt. Eine pauschale Besteuerung in Höhe von 10% mit weniger Ausnahmen könnte das System gerechter machen, da bisher gerade sehr große Vermögen aufgrund der Ausnahmen in geringerem Maße besteuert werden. Auch ist die CDU offen für einen höheren Spitzensteuersatz. Dafür möchte sie die Steuern für die Mittelschicht senken und den Solidaritätszuschlag für Spitzenverdiener abschaffen. Auch soll der Spitzensteuersatz erst bei höheren Einkommen greifen. Durch diese Maßnahme würden Menschen aus der Mitte der Gesellschaft profitieren, die momentan bei nur geringen Einkommenszuwächsen gleich einen ordentlichen Sprung bei ihrer Steuer sehen. Es ist aber unklar, wie das zu finanzieren wäre. Ein höherer Spitzensteuersatz bei gleichzeitig abgeschafftem Solidaritätszuschlag könnte dafür sorgen, dass Spitzenverdiener im Mittel gleich viele Abgaben zahlen. Wenn dann noch die Steuern für die Mittelschicht gesenkt werden, reißt das schnell ein großes Loch in den Haushalt. Eine große Änderung würde auch eine mögliche Abschaffung der Gewerbesteuer bedeuten. Diese ist in der Wirtschaft nicht beliebt, aber bisher eine wichtige Einnahmequelle für Kommunen. Komplett ersatzlos könnte sie also nicht gestrichen werden. Stattdessen soll es Kommunen möglich gemacht werden, auf die Körperschafts- und Einkommenssteuer Zuschläge zu erheben. Eine Vereinfachung des Steuersystems wäre das allemal. Und zuletzt steht in dem Entwurf auch ein Detail, das bestimmt einen großen Einfluss auf viele Menschen hätte. 10.000 Euro Einmalzahlung bei Geburt. Alternativ könnten auch alle Menschen 100 Euro pro Monat bis zu ihrem 18. Lebensjahr bekommen. Hier steht im Entwurf allerdings noch ein großes Fragezeichen. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es mit dieser Idee weitergeht, also vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Alle Ideen stammen aus dem Entwurf eines CDU-Papiers zur zukünftigen Steuerpolitik. Mittelfristig könnten es aber einige oder sogar alle Vorschläge in das Grundsatzprogramm der CDU schaffen. CDU-Vorsitzender Merz hat anscheinend schon Zustimmung signalisiert. Ob die Reformen aber jemals so umgesetzt werden, ist reine Spekulation. Was denkt ihr zu den Ideen? 100 Euro pro Monat während der Schulzeit wären schon schön gewesen, oder? Schreibt es uns mal unten in die Kommentare. Hier findet ihr noch ein Video dazu, wie die Erbschaftssteuer aktuell funktioniert. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch das Video geholfen hat und abonniert unseren Kanal für mehr. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Video.